Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 ich bin noch mal eine runde meinst du bist glaube ich schon was jemand ist wir sind in der letzten folge und dass mich so aufgeregt hat dass ich gestorben bin und das aller schlimmste das mit aufgeregt hat dass ich meine items verloren habe ich bin nicht mehr an meine alten und noch eine frage wie soll es über den fluss hier der ist ja so groß wie eine machen kann das einzige das machen kann es nur ja jeder weiß es von euch schwimmen das ist nicht das ist ein halb Herzchen wo ist meine Freundin die Töne wo ist meine Freundin der Kölate oh shit, schl, schl, schl schnell hoch, alter, schnell hoch na ach, das jetzt nicht ist, Buchs nicht ist Buchs nicht Schluss, nicht Schluss, nicht hier hm mhm Dreieinhalb Herzen. Ich glaube, ich muss es schaffen. Komm, ey. Warte, ich habe nichts zu schaffen in dieser Welt. Aber ich muss es schaffen. Ja, aber ich habe es geschafft. Ich brauche was zu essen und das brauche ich dann dazu. Da ist nicht Spinne. Oh, es hat einen Fiss. Danke, Aquilottes. Warte, ich finde auch Aquilottes. Ja, das ist eine. Verdammt, hier stimmt jetzt zwei Zombies. Ja, toll. Das finde ich jetzt nicht so geil. Komm her, schau. Komm her. Ein Herz. Ein Herz. Jetzt weiß ich nicht, warum ich das finde. Ich weiß nicht, warum ich das finde. Ich weiß nicht, warum ich das finde. Aber ich muss es machen. Digga, Digga, renn. Renn einfach. Ich sag einfach, renn einfach nur. Verdammt, renn. Spring, renn, spring, renn. Was war denn das? Jetzt bin ich mein Wasser mit einem Herz. Verdammt, da hinten fehlt ein Trieber. Ja. Ich lass mich schon ganz lang. Ich hab meinen Trinden direkt weg. Das muss doch verschwischen sein. Wenn mich jetzt irgendein Gegenstand oder so abschließt, dann bin ich direkt down. Schnell, schau. Na, die kämpfen bei mir. Alle Gedanken klingt schon mies. Und wisst ihr, was ich jetzt schon mach? Und vor auf dem Table. Ich hab Barb. Und Barb. Okay, ich brauch mehr Holz. Das wird schon schnitt. Ich brauch noch ein Holz mehr. Oh, okay, ich brauch mehr Holz. Dann wird das ein. Drafting Table. Dings Bums. Keine Ahnung. Verdammt, jetzt brauch ich noch mal Fias, Leute. Noch mal Fias. Ey, warum? Und. Damit könntest man mal leise den Bogen verhaften. Damit es nicht über Gegenstände wird. Verdammt, das ist ein Trieber. Ich sag jetzt lieber. Hat er mir's geschehen? Doch, er hat mir's geschehen. Er hat mir's. Dabei noch ein Zombie. Jetzt muss ich jetzt schnissen mit einem Herz. Verrostet Fleisch. Was soll ich denn damit jetzt machen? Der Hund wär auch süß. Wenn's den Namen schlagt, dann schau auf mich. Das nächste. Da müsst ihr schniss kämpfen. Was müssen wir uns? Ein paar Fische holen, wollte ich sagen. Aber der Kollege weiß auch. Was hab ich gerade gesagt? Und was hat es gerade passiert? Ich bin von Trieber gestorben. Was ist denn das? Ich bin's wieder in diesem Fringendorf. Und eine Sache muss ich euch erklären. Die Fringendorf kriegen eigentlich den Dunkeln. Deshalb gehen wir kurz nochmal pennen. Damit ich hier nicht Angst hab. Wir könnten ja auch gute Schwächen holen. Lecker Karonnen. Erstmal wieder. Dann bin ich schon Trieber. So. Ja, jetzt haben wir schon. Jetzt sieht man es. Ich hab noch kein Viertel. Und was ist gerade, von was ich gestorben bin? Natürlich. In Trieber. Dann haust du auch noch schnell ab. Schnell, 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 schnell. Und dann geht's nochmal in das Portal. Und dann wieder raus. Weil dann. Sporn ist. Wieder. Ja. Meine Blätter. Ah ne. Ding. Dann bin's in meiner Höhle. Aber wir haben gut zu sprechen. Weil wir. Ding. Da oben. Da oben. Jetzt haben wir jetzt. Karotten gefangen. Den. Will. Ich hab. Zeig. Ich hab. Ich hab. Ich hab. jetzt. Ich hab. jetzt. Juppiert Maklis. das hatte Fleisch geschwopft. Meine lieben Schapfen. Schafe. Hhhhh. Und jetzt ist hier. wieder rüber. Ich habe jetzt ein ganz blödes Gefühl. Ich habe jetzt hier einen weichen Block gesehen. Und ich denke, die Jobelle hat schon einen Mensch gespielt, bevor das neue Welt war. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, aber... Jo, haut rein. Tschüss.